So, da bin ich wieder. Ihr wisst ja alle wahrscheinlich, was das hier ist. Das sind Hauptdüsen, 6 mm im Durchmesser, passend für meinen Vergaser. Ja, in den Größen 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70 und 72. Ja, weil das Zündkerzenbild ist doch ein bisschen mager. Das bestätigt mir selbst Rollertours. Ich lenne euch das mal ein. Und bezüglich der Zündkerze, ja, das sieht ein bisschen mager aus. Stimmt, die sieht sehr trocken aus. Ja, jetzt habt ihr das auch gesehen. Und ich will nicht, dass der Motor hops geht. Oder ich irgendwie einen Kölnfresser kriege oder so. Deswegen haben wir die bestellt. Habt ihr ja schon gesehen in dem Vergaservideo, wo ich den Vergaser ausgebaut habe und gereinigt habe. Ja, da ja das wegfällt, beziehungsweise da, 50er geht nicht, ist noch kleiner. Das wird dann, das gemischt noch magerer. Und probiere es jetzt hier mit einer 55er HD, Hauptdüse. Ja, alles klar. Dann bis gleich. So, bevor wir den Vergaser da rausholen, wollte ich mir erst einmal hier die Zündkerze anschauen. Gucken, wie die aussieht, die Zündkerze. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Gelöst für die übrigens, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Mit einer, jo, da haben wir es, 21 Millimeter Nuss. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal die Zündkerze an, wie die aussieht. Und, sich unbedingt noch ein bisschen sauber machen. Ne, noch oder? Vor allen Dingen hier, da. Seht ihr das? Da, wo mein Finger ist. Da ist alles voller Ruß. So, einmal anschauen. Der Motor ist ja jetzt abgekühlt. Vorhin bin ich, glaube ich, wie viele Kilometer waren das? Fünf Kilometer hin und fünf Kilometer zurück zur Arbeit gefahren. Und, ja, da kann man erkennen. Ja, das geht noch. Also, ach, ich weiß nicht. Also, das kommt mir irgendwie vor. Könnte ein Tick zu mager sein. Aber ich habe ja noch die, äh, andere Hauptdüse, welches war alles. Naja. War echt Zeit für eine neue, zum Beispiel, hat es ja eh. WR7 HS brauche ich. Habe ich schon ausgewählt. Ja, genau. Ja, gut, da ist es noch weiß. Und da geht es ins Rehbraune über. Also, so ein helles Braun. Da, beim Isolator. Und da ist es noch weiß. Ja, ich baue dann lieber die, eine Nummer größer ein. Nummer 55 baue ich dann in den Vergaser ein, als Hauptdüse. So, dann geht es direkt damit weiter. Wegen dem Gasschieber. Da ist es übrigens hier. Jetzt könntest du es erkennen. Da, die Original-Drossel wäre da drin. Wo die auch in den Papieren so eingetragen ist. Da kann man es erkennen. So, dann lösen wir mal die Schläuche. Unterdruckschlauch. Da wollt ihr auch noch neu bestellen. Schön und durchsichtig. Wie man es auch schön sieht. Und hier der ganz wichtige Ölschlauch. Ach, so. Oh. Okay. Ich habe das gleich mit rausgezogen. Das sollte so nicht sein, glaube ich. Wie gesagt, und zwar ist das der hier. Von der Spritleitung. Und da habe ich ja einen neuen Benzinhahn eingebaut. Und, äh. Ja, jetzt will ich hoffen, dass nicht mehr so ganz so viel Benzin da raustropft. Wie bei dem alten Benzinhahn. Will ich jetzt hoffen. Aber ich habe mir hier so ein kleines Gefäß mitgebracht. Ich gucke einfach mal, wie das ist. Wie viel da rauskommt. Wahnsinn, okay. Was ein Unterschied, oder? Im Gegensatz zum alten Benzinhahn. So, weil ihr hier guckt. Oh ja, da kommt aber ganz schön, ganz schön viel raus. Seht ihr das? Alter Schwede, ey. Ich fülle das mal eben gerade in den Tank. Na, höre doch irgendwann mal auf. Oder auch nicht. Alter, kommt da viel raus, ey. Wahnsinn. Alter, ist das geil. Da braucht man hier diesen Dingens doch gar nicht mehr. Hier. Ach, hier diesen Becher. Brauchen wir noch fast gar nicht mehr. So, dann haben wir hier den Vergaser. Ich habe schon das hier alles losgeschraubt. Dann müssen wir uns hier irgendwo eine Stelle suchen. Da. Da haben wir sie. Wo wir das aushebeln können. Ja, so geht's auch. Ja, das ist eine 54er Hauptdiesel. Ich wollte es mal probieren. Mit einer 55er erst mal. Dass es zu fett läuft und ich dann am Ende keine Leistung mehr habe. Und der quämmt wie sauer, muss ja auch nicht sein. So. 54er. Ja. Aber die werde ich zur Sicherheit aufheben. So, da kommen jetzt hier da. die 55er rein. Ich habe hier mal. Da. Könnt ihr schon erkennen. Ich habe hier mal die Originale mit dazu gesteckt. Und dann kommt jetzt hier die 55er Hauptdüse rein. Ja, das passt auch um Gewinn her. Das ist nämlich 6 mm. Eigentlich für Del Orto Vergaser. Die Hauptdüsen. Aber das geht auch so. So, dann jetzt hier Schwimmerkammer wieder drauf. So, bevor es hier an den Einbau des Vergasers geht, habe ich doch glatt und das hier fast vergessen, wo der Ölschlauch nach drauf kommt. Eieiei. Und es ist ein bisschen glitschig und schmierig. Hier das hier, wo der Ölschlauch nach drauf kommt. Das wird hier einfach so reingestickt. So. Ist auch fest. Drin. Vielleicht mal ein bisschen durchblasen oder so. Zur Sicherheit. Bisschen durch. Wichsen durchblasen. So. Ach, das geht immer wieder aus. Jetzt habe ich es so. Komisch. Aber ich sehe gerade der Anschluss, wo man hier mal durchschaut, ist frei. Und wenn das Licht an wäre, könnte ich noch mehr erkennen. dann geht es jetzt mit dem Kumpel hier an den Einbau. wenn wir jetzt hier alles kontrolliert haben, ob auch alles fest sitzt. Benzinschlauch, Unterdruck, ganz wichtig, der Ölanschluss, dass der richtig drauf sitzt und so. Ist ja harter Schlauch. Ei, ei, ei. Mal neu kaufen. Wieder Gaszucht. Dann ist hier alles fest und da ist auch alles fest. Und hier auch. Ja, dann können wir jetzt Stunde der Wahrheit. Es könnte natürlich ein bisschen dauern, bis Benzin kommt. nicht wundern. So. Also, nicht wundern, wenn er jetzt sofort anspringt. Es dauert ein bisschen, bis er sich Benzin in den Vergaser reingepumpt hat. Und, ja, dann sollte er aber dann eigentlich laufen. und er läuft. Ja, Strandgassen ein bisschen einstellen, glaube ich. Oder auch nicht. Nee, der will jetzt nicht selber gerade hoch. Ach, ist die Gasse. Ja, ich würde sagen, Helmfach drauf und Testfahren machen. Ja, Obwohl, irgendwas klappert da auf dem den Rennen. Later, lass. Mach das lieber nochmal aus, den Motor. mache ich lieber noch mal aus den Motor, weil bevor die Testfahrt beginnen kann, wollte ich mir einmal das Klappere kurz anschauen und ja ich habe glaube ich auch dabei was festgestellt, aber das erfahrt ihr, wenn der Variomatik-Decl ab ist. Ja, mir ist da wie gesagt beim erstmaligen Verlegen aufgefallen und zwar, dass da eine Unterlegscheibe falsch montiert ist und welche das ist, das zeige ich euch jetzt. Dazu müssen wir diese Schraube lösen, mit Hilfe von dem Blockierwerkzeug, das wir jetzt gleich anbringen. Eigentlich super praktisch, das Werkzeug, finde ich auch gut. Genau, so. Dann können wir das jetzt losschrauben. Dann hier den Keilriemen ein bisschen zusammendrücken, den alten, obwohl ich da eh einen neuen Keilriemen bestellt habe. Weil es einfach besser ist. Und genau diese kleine Unterlegscheibe, die ist wirklich nur Millimeter dick. Die kommt eigentlich, eigentlich. Ach, da ist ja schon eine, okay. Ah, da ist ja schon eine Unterlegscheibe. Dann kann die bleiben. Also da. Da ist ja nochmal eine, dann tue ich die wieder da rein. So. Jetzt ist sie auch drin, wie man sieht. Und diese hier, da, die ja eigentlich dann da so war, die kann dann weg. Weil das habe ich dann bei vielen Modellen, habe ich das auch nicht gesehen, dass die halt da war. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unterlegscheiben eingebaut, um die KmH-Zahl anzupassen. Damit hier die Scheibe ein bisschen höher kommt. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Und die Scheibe hier geht auch ein bisschen schwer, lässt sich die auch bewegen. Und da baue ich die Scheibe ab und baue die Unterlegscheiben aus. Weil ich denke mal, so soll es sein. Jetzt können wir hier das Ganze abnehmen, ganz vorsichtig. Und sehen schon da, da, da und da die Unterlegscheiben. Beziehungsweise die, wir haben auch die rückhalte Platte, die ja schon sehr angegriffen ist. Die habe ich übrigens neu bestellt. Mache ich aber alles neu, wenn ich den Kallriemen auch habe. So, guck mal jetzt, wie das jetzt gleitet hoch und runter. Mega geil und hier mit den Standard-Dingern. Da. Na, ich drücke hier nur einen kleinen Finger. Das verkantet sich. Da, jetzt schon wieder am verkanten und deswegen will ich die Schwarzen einbauen. Da haben wir es wieder. Guck mal, wie leicht das geht. Rauf und runter. Wunderbar. Wunderbar. Perfekt. Da, diese Drosselscheibe wieder drauf. Natürlich ohne die Unterlegscheiben. Das Ganze wird festgezogen und dann sieht man sich gleich wieder. So habe ich das jetzt gemacht. Hier die Unterlegscheiben drunter. Unter die Schrauben. Ich denke mal, so soll das auch sein. Da wird das hier festgezogen. Schrauben. Und dann sieht man sich gleich wieder. Ich weiß, habe ich es schon mal gesagt. Aber naja. Egal. Fertig. Jawohl. So muss das aussehen, glaube ich. Und das Ganze können wir jetzt wieder einbauen. So, bevor wir allerdings die Biomatic einbauen, habe ich hier eine Kupplungsglocke. Da wollte ich einmal gucken, ob, wenn die mal kaputt ist, ob da nicht eine andere Kupplungsglocke passen würde. Zum Beispiel die vom Rex oder so. Warum das Ganze? Weil diese hier erscheint mir doch recht schwer. Die Serien-Kupplungsglocke. Und die vom Rex ist deutlich leichter. Wenn die Verzahnung passt, baue ich das auch so um. Und dann, ja, da gucke ich mal, wie das so fährt. Aber erstmal alte Kupplungsglocke runter. Dann die Wiegen. Wie schwer die ist? Wollte ich auch mal wissen. Und dann, ja, dann die vom Rex auch nochmal wiegen. Und dann, ja, dann hat man theoretisch eine bessere Beschweinigung. Oh ja, merkt man auch, die ist deutlich schwerer. Ja, muss ich gucken wegen dem Gewicht. So, dann kommt erst die Peugeot-Kupplungsglocke drauf, die originale. Oh. Ist die echt so schwer? Oh mein Gott. Wahnsinn, fast 500 Gramm. Okay. Tun wir jetzt mal die Rex-Kupplung drauf, die Kupplungsglocke vom Rex. Ah. Ja. Ein kleiner Unterschied ist zu merken. Oder auch zu sehen. Kann er nochmal hier. Das ist die Originale. Das ist die Rex. Wahnsinn. So, dann können wir das Ganze wieder zusammenbauen. Wobei ich wollte mal schauen, ob die Rex-Kupplung auch passen würde. Ja, cool. Die passt auch. Ey, das ist ja geil. Okay. Weil davon habe ich nämlich noch zwei Stück von da, von diesen Kupplungsglocken. Zwei Stück. Geil. Oh, cool. Die wird auch passen. Das ist ja geil. Okay. Nicht schlecht. Aber ich verbaue erstmal wieder die Originale. Ja. Ja. Die ist ja noch gut. Ich denke mal, das werde ich dann ersetzen, wenn die mal irgendwann komplett durch ist oder so. Jetzt sind wir fertig. Ich denke mal, so soll das auch sein, dass wir oder dass ich das halt so gebaut habe. Weil, wie gesagt, ich habe euch vorhin ein paar Bilder eingeblendet. Da war es auch so verbaut. Und ja, jetzt erstmal Soundcheck, ob auch alles geklappt hat. Und Testfahrt, die kommt dann noch. Ich denke mal am Morgen oder so. Und ihr seht das dann eine Woche später. Weil ich brauche ehrlich gesagt so ein bisschen Vorlauf, um das zu produzieren, die Videos. Genau. Kleiner Soundcheck. Also, jetzt habe ich ruhig eine Läuse. Ja gut, das Geklappere. Das Geklappere ist immer noch da so ein bisschen. Und auch das Hinterrad dreht sich jetzt wieder. Aber, naja. Kann man, glaube ich, nichts machen. Ist Peugeot-typisch, dass das geklappert. Ja. Na ja. Jo. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum... Oh, was ist denn noch? Ausmachen jetzt. Wir wollen noch ein bisschen Rast geben, ob alles geklappt hat. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum... Testfahrt. Ich guck mal, wie weit ich komme an KMH. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis zur Testfahrt. Und ja, dann passt auf euch auf. Liebe Grüße gehen immer raus an Rollertours und an Lars. Und ja, da würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Fahrvideo natürlich. Tschau, Leute. Okay. Und ja, natürlich. Bis zum nächsten Mal. Komm schon. Tag mit. ні. nămre. б. b... 依、